Was ist der Weltnichtrauchertag? Welche negativen Folgen das hat für die Schwangerschaft und für die Mutter? Neben der allgemeinen leichteren Erschöpfungsneigung ist es natürlich so, dass auch häufig Kinder zu klein werden und da reichen auch wenige Zigaretten, drei, vier, fünf Zigaretten pro Tag, die dazu führen können, dass wir sogenannte wachstumsretardierte Kinder haben. Kinder, die deutlich zu klein sind, die möglicherweise auch zu wenig Fruchtwasser haben, die unter der Geburt Probleme bekommen, wo die Plazenta der Mutterkuchen verkalkt ist. Und insofern, ich kann nur an alle appellieren, möglichst gar nicht rauchen und jede einzelne Zigarette stellt ein Problem für das Kind dar und jede einzelne Zigarette, die Sie weglassen, ist eine gute Zigarette. Danke.